ein wunderschönen guten tag werte ladies und herzlich willkommen zur nächsten folge black squad auf der map night town die map kenne ich auch noch nicht sieht auf jeden fall sehr chinesisch aus oder asiatisch koreanisch japanisch ich habe keine ahnung was das für eine spreche was leckt schon wieder was das für eine sprache sein soll wie immer diese lachs gehen gar nicht ist hier auf jeden fall relativ gut aus auch wenn es gerade leckt und nicht wieder aufregen könnte sieht es doch relativ cool aus jedenfalls von der aufbauart da haben wir gerade einen feind gesehen ich hätte auch leise laufen können aber naja egal es ist auf jeden fall ziemlich bunt hier das muss man ja mal lassen ein bisschen leise laufen dass die leute mich schon vorher hören in der letzten folge war ich mit dem abgang kind alter du hast mich jetzt aber nicht gehört jedenfalls war ich in der letzten folge ziemlich schnell mit dem abgang ich habe ziemlich schnell beendet ich habe nicht mal geguckt um wie wie ich gespielt habe und das wenn wir diese folge wieder ändern oder ab dieser folge wieder ändern das war ein bisschen sehr eilig ziemlich das falsche ding von waffen in der hand von dahinten scheinen auf jeden fall schon mal die gegner zu kommen das ist wohl auch wieder eine extrem große map ich weiß nicht warum wir hier momentan so viele große maps haben so mittelmäßige maps werden auch ganz cool zu groß sind auf der weise nicht finde ich auch wieder nicht nicht wirklich gut ich weiß nicht was mit black sword momentan los ist ich habe ein pink von 316 ich glaube in der letzten folge ich weiß nicht was mit black sword momentan los ist ich habe ein pink von 316 ich glaube in der letzten folge hatte ich einen von 400 irgendwas ich habe keine ahnung warum das habe ich aktuell nur bei black sword keine ahnung woran das liegt checken wir das mal würde ich schon sagen ey du meinst eine super wunderschöne m4a 1gl spring blossom die verliert sogar blütchen wie süß hat du eine schöne tunken knarre oh bitte putje mhm die 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 kennentlich schon mal kommen die von mir ich lebe nicht mal dazu konnte nicht mal einen schuss abfeuern aus der knarre aber gar nicht so schlimm ich glaube mit so einer äh rosenen tü tü äh knarre hätte ich auch gar nicht getroffen wahrscheinlich mhm schwer erkannt schwer erkannt gerade eben also ich habe auch keine ahnung wo ich jetzt hier noch am besten lang laufen kann weil ich kenne diese map gar nicht jetzt jetzt einfach mal hier ich war doch hier eben schon oder nicht oder täuscht das auf was schießt du denn da ist doch gar nichts es muss vor allem mal sowas wie eine snd map gewesen sein aha da kommen die also her das wird also dann von deren base sein gehe ich mal stark von aus ja ich nehme die sniper jetzt das ist ja wohl die ist zu groß also ich finde die map viel zu groß um zu rushen oder irgendwie sowas das entfernung ist katastrophal da bist du mit einer sniper glaube ich besser dran ah der war schon tot ok ok throwing smoke lass doch die scheiße weg dann sieht man auch was wow jetzt hätte ich mich aber hier beinahe hardcore verraten ok 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 ich habe jetzt keine ahnung wo ich hier lang muss hm ihr wisst es anscheinend schon ich wusste nicht mal dass man über die mauer springen kann ich habe den namen schon wieder vergessen von der map naja egal also das ist ein naja ach jetzt gucke ich auch noch die wand an ja und du musst wieder dein wort dazugeben ne du musst wieder dein senf ablassen ich weiß auch nicht wie ich hier zocken soll ich kenne die map absolut gar nicht zum wiederholten ist mal ich habe keinen plan wo ich hier lang soll kann man hier lang tatsächlich ok höhe hättest du auch oben lang laufen können okay ich hab' dich getroffen siehst du den blutfleck dahinten an der wand ist gar nichts mehr jungen gar nichts mehr ich glaube so ein größeres ziel für heute hier auf dem gewähr wäre echt von vorteil würde ich sagen wo sie hin egal kommen wir auch noch da kommen sie ja gleich alle also ich gehe mal ganz stark davon aus dass da drüben die base ist oder sein muss von denen habe ich wieder nicht geguckt man ich glaube in dieser runde gehe ich auch richtig negativ raus ist auch jetzt nicht so problematisch finde ich aber ich habe mir mal meine folgen mal so ein bisschen angeguckt und nächste mal aufgefallen dass ich in der aufnahme immer nach unten gucken so wie jetzt ich werde die kamera mal ein bisschen anders positionieren dass man mich vernünftig sehen kann also bin ich hier dass man mich vernünftig sehen kann weil so gucke ich ja immer glotze ich immer nur nach unten also ich habe mit der ak auf dich geschossen der will nicht umfallen oder ich bin einfach zu blöd auf dieser map hier oder irgendwie im allgemeinen heute mal ich habe kein plan wie lang so in zehn sekunden ist die runde auch schon wieder vorbei und ich habe von der map zwar was gesehen aber ich bin jetzt von der map nicht ganz so überzeugt ja das war so schon wieder von dieser runde jetzt schauen wir auf jeden fall noch wie ich gespielt habe weil das habe ich ja in der letzten runde auf jeden fall da war ich ein bisschen sehr schnell unterwegs da bin ich mal gespannt wer hat das team gewonnen what the fuck 1 14 jetzt brauche ich definitiv definitiv eine psychiatrie alle das geht ja gar nicht das ist ja katastrophal naja wie dem auch sei wenn es euch gefallen hat liken abonnieren kommentieren oder was auch immer lasst euch was einfallen oder wie auch immer wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bis dahin haut rein